Hallo, herzlich willkommen zum Funcast. Ich bin 20 und ich kümmere mich bei Funtales ums Marketing. Ich habe heute Hans bei mir, unser Chefredakteur. Herzlich willkommen, Hans. Ja, vielen Dank. Wir werden heute über Lucia sprechen. Ihr habt schon eine Folge gehört zu unserem neuen Lokalisierungsprojekt im 18. Jahrhundert. Ein toller Wort, das 18. Jahrhundert. Hans wird heute nochmal genauer auf die Mechaniken eingehen, also was ihr überhaupt tut, während ihr spielt. Vom Thema habt ihr hoffentlich jetzt schon einen Überblick in Gänze. Und als Einstiegsfrage, Hans, ganz einfach. Du hast dich ja jetzt intensiv mit klassischer Musik befasst. Ich hoffe, du hast auch jetzt einen sehr langen Soundtrack in deinem Kopf, den du gehört hast bei der Übersetzung. Was ist denn deine Empfehlung? Was muss man unbedingt gehört haben? Ja, das ist ja eine Frage, die ist sehr absurd zu beantworten. Man muss natürlich möglichst in die Breite hören und überhaupt erst mal sich darauf einlassen. Also ja, die meisten Leute sind ja klassischer Musik überhaupt nicht. Ich empfehle natürlich die Leute, die sich jetzt für das Spiel interessieren, wahrscheinlich ja schon. Und ja, ich finde, es gibt auf jeden Fall eine ganz eigene Magie, die durch diese klassischen Instrumente halt entsteht. Die ja einfach was ganz anderes ist als irgendwie moderne Musik. Ja, ich war vor langer Zeit auch mal mit einer jungen Dame zusammen, die klassische Gitarre studiert hat. Und das einfach, einfach nur mit einem Instrument kann man da einfach krass, krasse Musik erzeugen, die sehr emotional ist und sehr anders als moderne Sachen. Klassische Gitarre, ich meine, jedes Instrument ist irgendwie krass, wenn man sich das so anguckt oder anhört. Man guckt ja nicht so viel, aber ich bin auch großer Klassik-Fan. Das ist einfach, ich muss da gar nicht, ich rede da gar nicht drüber, sonst weiche ich ab, bevor es gerade erst losgegangen ist. Es geht nämlich um Luthier. Und nehmen wir mal an, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt überhaupt keine Ahnung, was überhaupt los ist in dem Spiel. Da könntest du bitte einmal beschreiben, was ist das für ein Spiel, was fasziniert dich daran für jemanden, der das noch nie angeguckt hat? Ja, das ist die Frage, in welcher Hinsicht. Also prinzipiell sind wir erstmal eine Instrumentenbauer-Familie, die wir repräsentieren. Also vielleicht als Familienoberhaupt, eine wachsende Familie. Und wie das früher so war, ist es natürlich so, dass unsere Familienmitglieder von klein auf mitbekommen, was da so passiert. Das ist ja alles, wie du gerade schon sagst, das Azenen ist ein wundervoller Ort. Man hat so das Gefühl, Zuhörer könnte sich jederzeit auch wieder dahin bewegen und an diesem Ort sein. Anyway, also zeitlich ist es natürlich alles, es funktioniert ganz anders als heute. Ja, nicht jeder ergreift irgendwie den Beruf aus freier Auswahl und so weiter, sondern die Leute wachsen natürlich in der Familie in den Beruf hinein und so weiter. Deswegen ist das ja auch hier konzeptualisiert, dass man eine Instrumentenbauer-Familie repräsentiert. Das heißt, die Frau, die Kinder, der Mann, alle zusammen, werden von klein auf darauf, kriegen das mit und finden es cool und bearbeiten mit und werden dann zu neuen kleinen Instrumentenbauer-Genies. Was eben ja einfach so ein krasser Task auch ist, ein krasse Kunsthandwerk eben. Und ja, wir erleben das sozusagen mit, wir setzen uns da hinein und schauen jetzt, wie wir als diese Familie zu Ruhm und Ehren und Reichtum gelangen können. Und dann, ja, war es ja auch sozusagen zu dem Zeitpunkt eine neue Sache. Sozusagen ist es ja eine Umbruchphase, wo die, ja, die Künstler, die freien Künstler ja eigentlich so gerade erst entstehen. Also in Zeiten davor, also weit davor war es eben, dass alle hart arbeiten mussten, damit wir nicht hungern. Und irgendwann gab es sozusagen die Stelle, wo dann die Leute als Knecht sozusagen den reichen Adligen bespaßt haben mit Kunst und Musik. Und daraus hat sich das entwickelt, dass das überhaupt sozusagen eine freiheitliche, selbstständige und ehrenswerte Beschäftigung ist. Und das, genau, das ist sozusagen das, worüber wir uns hinversetzen und wo wir dann sagen, das bin ich. Ich werde jetzt hier großer Instrumentenbauer und tune meine Fähigkeiten. Hm. So für euch jetzt Probeeinordnung. Das ist ein Expertenspiel, also ein riesiges, mega Expertenspiel. Es ist sehr groß. Hast du gerade die Spielzeit und die Spieleranzahl zur Hand? Ja, es ist 1 bis 4 und ich glaube, es steht 90 bis 180 auf der Packung. 90 bis 150. Also anderthalb Stunden bis zweieinhalb Stunden. Könnt ihr euch ungefähr die Ausmaße in Raum und Zeit vorstellen, was es heißt, ein Instrumentenbauer zu sein? Das ist die Verantwortung. Das ist ja gerade schon ins Thema eingeführt. Wie ist denn das Thema mit der Spielmechanik verzahnt? Wie greift da was ineinander, damit man auch so ein bisschen einen Überblick hat, was man da mechanisch tut auf dem Tisch? Genau. Also dieser Zustand der beginnenden Unabhängigkeit des schöpferischen Tuns spiegelt sich da wieder in der Repräsentation durch das Mäzenatentum. Das heißt, es gibt hier Kunstmärzene, die uns positiv gesinnt sind und die gerne möchten, dass wir diese wundervollen Instrumente sehr perfektionistisch herstellen, weil die eben auch dann wundervolle Musik genießen wollen oder sie selber erzeugen wollen, sie selber komponieren und so weiter. Also musikaffine Leute stehen sozusagen im Zentrum und sind unsere potenziellen Kunden oder Interessenten an unseren Dingen, die wir da so herstellen. Soll ich den Faden verloren, wo ich hinwollte? Zu den Mechaniken. Ach so, wie das verbunden ist mit der Mechanik. Genau, das heißt, darum dreht sich halt viel. Also es dreht sich darum, dass wir Instrumente herstellen, dass wir Instrumente reparieren, dass wir das Ganze machen, damit das im Orchester die entsprechenden Leute versorgt sind mit wundervollen Instrumenten und die das auch gut finden, dass wir die für sie hergestellt und repariert haben, dass wir vielleicht selber diese Instrumente auch vorspielen, dass wir selber Konzerte geben und so weiter und dabei auch im großen Teil eben diese Mäzene zufriedenstellen. Also die Mäzene haben halt nicht nur zu viel Geld und werfen das auf uns und andere Ressourcen, sondern haben natürlich auch ein Interesse daran, dass wir das machen, was sie sich wünschen. Die ganz besondere Sonderentfertigungen, die kann man auch teilweise ja heutzutage noch besichtigen und so weiter. Also da gibt es Fortepianos und so weiter, die heute noch existieren, die eben für die Berühmtheiten des 18. Jahrhunderts spezifisch hergestellt wurden. Und ja, das sind wir. Wir machen das. Wow! Kannst du dann, du hast ja jetzt einen groben Überblick gegeben. Ihr könnt euch ja jetzt so vorstellen, das ist viel Spielmaterial, was da auf dem Tisch liegt. Und es gibt viele Orte, an denen man Dinge tun kann. Also du hast ja gerade aufgezählt, wir haben einen Ort, wo man Musik darbieten kann. Wir haben ein Orchester. Hans hält das gerade hoch für die Leute, die nur zuhören. Das ist ein riesiges Spielplan. Spielplan links. Ich würde sagen, zweieinhalb haben sie nebeneinander gestellt in der Breite. Wir haben die Mäzene. Mäzene? Das klingt wie eine Krankheit. Wir haben die Workbench, also die eigene Werkstatt. Es ist viel los. Und dann gibt es noch diverse Tracks und so. Falls ihr die Folge mit Henrik gehört habt, habt ihr da schon einen kleinen Einstieg, was da überhaupt alles los ist. Was sind denn so die ersten Eindrücke? Oder was denkst du, wenn du das so siehst, wie das aufgebaut ist, das Spiel? Was kommt da in deinem Kopf? Ja, genau. Für die Leute mit Video, ich halte ein paar Sachen hier nebenbei hoch. Einfach nur, um die Dimension auch zu verdeutlichen. Also es ist nicht nur ein schwieriges Spiel, sondern auch ein schweres Spiel. Die Dicke Box. Wenn ihr euch erinnert, wie ich die Platten-Doktor-Box hochgehalten habe und so weiter. Die könnt ihr jetzt auch selber in den Händen halten. Die Dicke Box ist zumindest im Prototyp einfach noch größer. Noch größer, noch dicker, noch schwerer. Was überhaupt nicht geht. Aber doch geht. Genau, es ist wild. Das Ganze sieht man da natürlich auch auf dem Tisch, dass da jede Menge Sachen ausgebreitet werden. Also während bei Platten-Doktor ja alles in meinen Köpfen fast stattfindet, ist hier ganz viel auf dem Tisch ausgebreitet. Und ja, das könnt ihr nicht auf dem Camping-Tisch mal eben spielen. Das geht nicht. Es ist viel los. Der geht kaputt. Ja, der passt einfach nicht drauf. So. Habe ich an deiner Frage vorbeigeredet? Ja, gut. Es geht ja auch um deine Eindrücke. Du kannst ja denken, was du willst. Deine Gedanken sind frei. Das freut mich. Es ist nicht nur das riesen dreiteilige Spielpad, also was man da sozusagen doppelt aufklappt. Sondern dazu kommt die Werkbank. Wie du gerade schon gesagt hast, jeder hat seine eigene Werkbank, an der er halt sozusagen an den Instrumenten arbeitet, wo dann noch die Gönnerkarten draufgelegen können und so weiter. Da liegt ganz, ganz viel Holzmaterialien, alle möglichen Marker und Instrumente und Repartormarker und ganz viele Sachen liegen da aus. Also das ist schon einfach auch beeindruckend. Das ist ein großer Tisch voll Sachen, die einen da in die Welt hineinführen sollen. Ja, das Spiel lebt da ja auch von dieser Opulenz, bietet das Thema ja auch an. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass Lucia ein strategisches Worker-Placement-Spiel ist. Als ich das aufgeschrieben habe, habe ich schon gedacht, das ist irgendwie viel zu kurz gedacht. Aber als Ausgangspunkt, habe ich schon mal begriff, man platziert Worker, aber nicht nur. Könntest du einmal erklären, inwiefern das ein Worker-Placement-Spiel ist und inwiefern nicht? Weil ich glaube, das zeigt diese Breite an Mechaniken, die das Spiel mitbringt, hoffentlich. Ja, klar. Also es ist schon ein Kernelement, dass man sich entscheidet, was man mit seinen Arbeitern macht, sozusagen mit seinen Familienmitgliedern, mit sich selbst, wie man sie einsetzt, auf welche Tasks sie sich gerade fokussieren jeweils. Weil es eben natürlich viel zu tun gibt. Es ist wie das Leben im Spieleverlag, es gibt immer ganz viel zu tun, unglaublich viele Tasks und man ist immer nur am Prioritisieren, was ist das Dringendste und was muss jetzt geschafft werden. Insofern, wenn ihr kurz die Instrumente ausblendet, könnt ihr euch auch fühlen, als wärt ihr im Spieleverlag. Das ist auf jeden Fall, hallo. Ne, genau. Aber die, also was ihr mit den Arbeitern macht, ist eben auszuwählen, arbeiten die jetzt gerade an Instrumenten, an Neubauten, an Reparaturen, wird da gerade ein Konzept gespielt oder auch geguckt, dass man sich mit der höheren Gesellschaft, der illustren und wohlhabenden Gesellschaft ein bisschen umgibt, um weitere Gefallen von denen zu bekommen und seinen Ruhm zu mehren und so weiter, damit man weiterhin auch zahlungskräftige Kunden und Gönner da generiert. Ja, all das muss getan werden, obwohl man eigentlich gerade dringend noch die neueste Bratsche fertig bauen muss, muss man auch sich mit seinen Gönnern treffen oder einen Podcast aufnehmen, wenn man im Spieleverlag ist. All diese Dinge müssen halt gemacht werden. Das ist immer die Frage der Priorität, was man gerade am dringendsten machen muss und wer das dann gerade macht und wie gut die Leute da sind. Die Worker haben halt verschiedene Fähigkeitsgrade, also Zahlenwerte einfach. Später bekommen die sozusagen auch noch Rules, Text, also können die bekommen, dann werden die Spezialisten. Aber erstmal haben die jetzt nur so Zahlenwerte und man muss eben priorisieren, was ist und mir wie wichtig, weil der Zahlenwert hat mehrere Auswirkungen. Das heißt, der große Unterschied zu anderen Worker-Placements ist nicht, ist, dass man nicht nur einfach, ja, seinen Worker irgendwo hinstellt und dann ist klar, das werde ich bekommen. Bam. Vielleicht ist noch sozusagen das Feld für die anderen geblockt. Das ist ja auch häufig so bei Worker-Placements, was ich nehme, das kann niemand anderes nehmen und so weiter. Das ist hier nicht, sondern es geht hier nur um die Priorität. Das heißt, man hat alle seine Worker verdeckt und entscheidet erstmal nur an den Ort, für die anderen offensichtlich, an den Ort, wo man hingeht oder sowas, welche Aktionen man sozusagen, welche Aktionen Auswahl man gerne hätte. Und die anderen können aber sozusagen auch mit verschiedensten Workern an dieselben Orte gehen, wo man auch sich befindet und werden sie auch. Und der Punkt ist dann eben, dass die Fähigkeiten, also der Zahlenwert, die in der Sprechenarbeit haben, entscheidend dafür ist, in welcher Reihenfolge wir das ausführen können. Und die Reihenfolge ist wichtig, weil an vielen der Orten liegen halt sozusagen Karten aus, an denen man interessiert ist. Das sind entweder die Gönnerkarten, das sind die Instrumente, das sind die Reparaturen, das sind die Konzerte, die man aufführen kann, geben kann. Und die liegen da halt sozusagen in einer Aussage, wo eben auch der Zugriff auf verschiedene von denen teurer ist als auf andere. Das heißt, und die sind natürlich unterschiedlich, das heißt, man hat Interesse mancher, also nicht jeder hat Interesse am gleichen Gönner, nicht jeder hat Interesse am selben Instrument, sondern die ganzen Sachen bedingen sich natürlich aufgrund dessen, was für eine Strategie man gerade fährt, aufgrund dessen, was für Gönner man schon in den Zug davor genommen hat, was für Instrumente man schon halb fertig gebaut hat und so weiter, alles das greift natürlich ineinander. Und der Punkt ist halt, dass man überlegen muss, nicht nur ich möchte das gerne machen, sondern muss ich der Erste sein, der den First Pick bekommt, und im Hinsicht auf die Instrumente muss ich der sein, der den First Pick bekommt, auf die Gönner und so weiter, auf die Mäzene, was ist denn hier für mich gerade am wichtigsten, was darf denn nicht schief gehen? Und, oder wo hat vielleicht gar kein anderer so großes Interesse und ich kriege auch, wenn ich als Letzter picke, immer noch das, was ich will. Das ist halt alles Teil der komplexen strategischen Überlegungen, bzw. an der Stelle taktischen Überlegungen, was man halt da macht, dass man eben nicht einfach nur sagt, hier, Worker, ich place das, das ist meins, sondern zuerst place man eben verdeckt, ist das sozusagen eigentlich ein verdecktes Gebot, dass man sagt, mir ist das hier wichtig, aber ihr wisst es noch nicht, ihr müsst euch das selber überlegen, wenn ihr mich überbieten wollt, müsst ihr halt überlegen, welchen Arbeiter ich wohl da hingesetzt haben werde. Genau, das heißt, das ist da, wo Forma kann man das Worker placement nennen, aber eigentlich ist es viel tiefer und viel komplexer, weil man da um Prioritäten auch kämpft. Und an allen Orten gibt es auch noch ein bestimmtes Threshold, also einen Zahlenwert, wenn dein Arbeiter mit vielleicht noch Bonus durch Lehrlingen, die er mitbringt oder so, einen bestimmten Zahlenwert übersteigt, also erreicht oder übersteigt, bekommt man noch extra Dinge an dem Ort. Das heißt, man hat natürlich eigentlich Lust, an allen Orten auch noch die Boni einzusammeln, aber das geht natürlich nicht, weil nicht alle Arbeiter in deiner Familie sind, eben von höchster Kompetenzstufe, das heißt, du musst gucken, wo, an welchen Orten will ich wirklich den Bonus dringend und so weiter. Und das mag natürlich kollidieren, dass du sagst, eigentlich hätte ich gern den Bonus im Salon, aber in der Gilde ist es ganz wichtig, dass ich sozusagen den höchsten Bit habe, um die anderen auszustechen, damit ich zuerst eine Karte nehmen kann und so weiter. Das heißt, da sind viele Requirements, die man gegeneinander abwägt und, naja, wenn man das geschickter macht als die anderen, dann wird sich das herauswirken. Ich denke auch. Du hast jetzt, ihr merkt schon, wenn man auf eine Sache guckt in dem Spiel, guckt man automatisch, also es ist sehr verzahnt. Du hast jetzt einerseits schon erzählt, wie, also welche strategischen Entscheidungen man treffen muss, welche Möglichkeiten man hat, wie das versteckte Beaten funktioniert, das ja mit dem Workerplacement verzahnt ist. Es gibt sehr viele verzahnte Punkte auf diesem Spielbrett-Tern. Das sind ja verschiedene Orte, das ist ja nicht nur das Spielbrett, auf dem man spielt. Kannst du noch kurz was zur Werkstatt, das ist, glaube ich, jetzt in der Übersetzung, also Workbench, und zu den Mäzenen sagen, wie die da mit reinwirken? Genau, also die Mäzene, die platziert man, also man besorgt sie sich erstmal, also, ja, man trifft sich halt mit denen, also man versucht, die kennenzulernen. Wie gesagt, gibt es da sozusagen so einen Ort, wo das eben stattfindet, und da entscheidet man sich natürlich auch sozusagen für wen. Also habe ich ja gerade gesagt, dass man, also wir haben halt alle, mehrere Leute haben halt dann sozusagen ihren Marker jetzt da abgelegt, an dem Ort, wo es neue Mäzenen zu erwerben gibt, und dann werden die halt aufgedeckt werden, alle Arbeiter verteilt haben. Das, wie die Reihenfolge ist, ist auch nochmal, habe ich auch noch nicht erzählt, aber das hat auch nochmal Auswirkungen. Also, wenn jemand, also wenn wir mit der ersten Phase des Dateiens fertig sind, kommt die nächste Phase, wo dann wir in unserer Spielereihenfolge, die sich auch jede Runde ändern wird, entscheiden, welchen Ort aktiviere ich denn jetzt. Also, nicht ich mache meine Sachen, sondern ich sage, wir werten jetzt bitte den Salon aus, und wer aber dann wann wie zuerst picken darf, sehen wir dann erst. Ich sage, wir machen jetzt den Salon, dann denken und drehen wir rum, was ist denn da eigentlich, sortieren das rum sozusagen, die Reihenfolge. Da gibt es auch noch verschiedene Sachen, die man machen muss für das Unentschieden und so weiter, aber auf jeden Fall werten wir das dann aus, und dann passiert das eben in der Reihenfolge. Das heißt, ich mag vielleicht gesagt haben, wir werten jetzt in der Salon aus, aber ich bin gar nicht der, der zuerst picken darf. Das ist jemand anders vielleicht. Ich picke als Zweiter dann mehr meinen Mäzene heraus, auf den ich Lust habe. So komme ich aber auf jeden Fall an die Mäzene, und die Mäzene haben halt einfach Wünsche, damit die zufrieden sind, und schenken einem aber auch Sachen. Also, die sind nice, aber irgendwie haben sie auch Bock, dass man auch was zurückgibt. Genau, das heißt, die providen einen mit verschiedensten Materialien, oder sonst irgendwelchen Dingen, die irgendwie günstig sind, oder auch helfen, dass man diese Instrumente dann auch wirklich herstellen kann, oder Aufführungen machen kann, oder was sie sich wünschen. Genau, das ist also sozusagen die Kombination aus, sie geben dir jede Runde was, es sei denn, irgendwann, also es gibt so einen Geduldsmarker, der läuft vorwärts, und wenn du zu lange nicht eine ihrer Haupt- oder Nebenbedingungen erfüllt hast, dann verlieren sie die Geduld und sagen, nee, hier, dieser Instrumentball taugt nix, das dauert mir zu lange, ich gucke mal, ob ich nicht einen besseren finde. Der hat ja immer nur Versprechungen mir gemacht, aber nicht abgeliefert. Und überhaupt, wenn der Konzerte gibt, sind die ja immer nur im Klassikbereich und nicht im Barock, das taugt ja gar nichts. Und so weiter. Und genau, das heißt, der hat sozusagen Bedingungen, die er erfüllt sehen möchte, und wenn du das schaffst, dann wird der Geduldsmarker wieder zurückgesetzt, und dann hast du wieder ein bisschen Zeit, bevor du seinen nächsten Wunsch erfüllen solltest. Und irgendwann hast du halt alle seine Wunsch erfüllt, und dann hast du dadurch einen permanenten Vorteil oder einen Vorteil mit der Endauswertung und so weiter. Also dann ist sozusagen die Phase, das ergibt die Geschenke und hat dafür Ansprüche an dich, ist dann zu Ende, sondern sozusagen, es gibt dann nur noch einen, ja, einen ongoing Vorteil. Genau, aber das sind die Mäzene, und auf der Werkbank wirst du entsprechend außerdem dann die ganzen Instrumente bearbeiten, also neue, wo du dann sozusagen from scratch von der Idee, von dem, wie sagt man, von der Zeichnung, von der Skizze, wie das sein werden soll, anfängst, das erstmal grob zusammenzubauen und dann nachher am Feinschrift zu arbeiten und das zu veredeln und zu verzieren, und damit am Ende ein ganz wundervolles Instrument rauskommt. Das passiert alles auf der Werkbank. Das ist nicht nur funktional, das ist auch sehr fancy dann, wie Geigen immer sind. Könntest du noch mal kurz zusammenfassen, wie die Interaktion zwischen den Spielerinnen und Spielern so funktioniert? Das ist ja für viele Leute, vor allem für Eurogamer, interessant, inwiefern interagiert man miteinander, inwiefern interagiert man nicht? Ist das eher konfrontativ oder ist das eher so ein nebeneinander herspielen? Ja, also es ist wahrscheinlich konfrontativer, als man meistens gewohnt ist. Aber auch so ein bisschen indirekt. Also es ist halt dadurch, dass man halt sozusagen versucht, sich zu überbieten oder versucht zumindest irgendwie zuerst wählen zu dürfen, um bessere Fix zu bekommen. Das heißt, das muss nicht, an manchen Stellen wird es einfach nicht konfrontativ sein, weil wir alle eigentlich was unterschiedliches wollen. Wir hatten eigentlich Bock, jeder auf einen unterschiedlichen Mäzen, sind alle dahin gegangen zum Salon und haben jeder einen Mäzen bekommen und sind alle zufrieden. Und es war gar nicht wichtig, wer durfte zuerst wählen. Die Fälle wird es, die wird es halt geben in verschiedenen Turns, aber es wird eben auch die Fälle geben, wo wir beide so denken, boah, ich brauche den Bichelbel oder den Schubert. Genau, ich brauche den Schubert, sonst geht gar nichts. Und ich habe schon irgendwie zwei Instrumente halbfertig, für die der Schubert mich feiern wird. Und Konzert habe ich auch schon hier vorbereitet, was er gut finden wird und so weiter. Also jetzt den Schubert zu kriegen, ist super gut für mich. Aber wenn das sich jemand anders auch denkt, dann ist es eben natürlich die Stelle, wo ihr jetzt beide versucht, hochrangige Arbeiter dahin zu schicken und vielleicht dann zuerst die Karte nehmen zu können. Das ist natürlich in dem Sinne konfrontativ. Es gibt kein Feel-Bad in dem Sinne, dass man sagt so, okay, und jetzt bin ich super fertig gemacht, weil du hast den Schubert und ich nicht, sondern du bekommst halt eine alternative Aktion an dem. Also jeder Ort hat immer zwei Optionen. Und sozusagen das eine ist etwas, wo es auf die Reihenfolge ankommen wird, also diese Karten zu nehmen. Die andere Option ist aber etwas, was immer gleich ist, egal, wann du dran kommst. Das heißt, häufiger gehen die Leute auch sozusagen an den Ort, um überhaupt nicht die primäre Aktion zu machen, sondern die zweite Aktion. Und weil sie eben das, eine zweite Fähigkeit nutzen wollen, die immer gleich funktioniert. Genau. Also das ist manchmal, manchmal konfrontativ, manchmal nicht. Ja, aber man kann jetzt sozusagen nicht Dinge, die die anderen schon geschafft haben, beschädigen oder so. Ich kann nicht zu deiner Werkbank laufen und deine Gitarre kaputt hauen. Das geht nicht, ja. Sondern es ist nur sozusagen in den Auswahlprozessen. Es stehen bei den Konkurrenz. Andere Leute Gitarren kaputt zu machen, das ist nicht regelkonform. Nee, auf gar keinen Fall. Dann, um das nochmal so ein bisschen abzuschließen, das war ja ein sehr tiefer Einblick. Was muss man denn mitbringen, wenn man so eine Partie Luthier gewinnen will? Also woran ich dann dabei denke, ist einmal gibt es einen bestimmten Fokus, den man setzen könnte oder muss man einfach das Spiel auch sehr oft gespielt haben? Ist das so eine Sorte von Spiel, die man einfach lernt mit der Zeit? Wie schätzt du das so ein? Ja, also ich habe ja damals einen sehr anderen Zugang, als die meisten Leute zu spielen, aber weil es sehr breit ist. Also sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Pfade. Ich habe auch noch gar nicht die drei Pfade erwähnt, die man auch noch hochlaufen kann. Also es gibt sozusagen so Fokus-Points, auf die man sich konzentrieren kann, dass man sagt, ich möchte gerne darauf achten, dass ich ein besserer Musiker werde. Dann habe ich Vorteile diversester Art im Konzertbereich. Also wenn ich Konzerte gebe, habe ich irgendwie diesen und jenen und noch einen dritten Bonus, sodass meine Konzerte besser ausfallen. Oder ich kann mich eben auf meine Baumeisterkünste konzentrieren und dann habe ich Vorteile immer, wenn ich Dinge repariere und so weiter. Oder ich kann sozusagen meinen Fokus auf meinen Ruhm legen und gucken, dass ich eben in Ansicht der Gesellschaft und so weiter aufsteige und ja, da dann irgendwie Vorteile anhäufe. Und das ist sozusagen nochmal so ein anderes Ding, auf dem die Spieler sich differenzieren werden. Das heißt insgesamt ist einfach super viel los. Wie man schon merkt, ich kann immer noch was erzählen und das ist immer noch nicht das ganze Spiel dargestellt. Das heißt, im Normalfall wird man am Anfang einfach erstmal es aufsaugen. Einfach irgendwas machen, gucken, was passiert. Das ist ja das, der Zugang, den die meisten Leute beim Spielen sowieso haben. Spiel 1. Wir müssen erstmal einfach mal probieren, mal gucken, was hier so los ist. Und die Strategien werden dann over time, sagen, dann erst entstehen, dass man sagt, oh ja, ich habe jetzt mal Lust, gar keine Konzerte zu geben, dieses Spiel. Ich mache mal hier mega Baumeister und repariere rechts und links alle Instrumente und ja, einfach einen anderen Fokuspunkt zu setzen. zu gucken, was ist, wenn ich möglichst viele Gönner versuche, zufrieden zu stellen. Was ist, wenn ich die Gönner links liegen lasse und so weiter. Einfach, es gibt ganz viele Ausrichtungen, Möglichkeiten und die muss man halt wahrscheinlich über mehrere Partien erstmal sozusagen sich überlegen, was möchte man machen. den Blick dafür zu haben, nachdem man die Regeln gelesen oder gehört hat, zu sagen, ja, ist doch klar, also ich mache mal das, das, das. Ich glaube, das kann fast niemand für dieses Spiel. Das ist auch ein Side-Note, habe ich gerade drüber nachgedacht. als ich angefangen habe, Spiele zu testen, also nicht zum Spaß zu spielen, sondern als berufliche Aktivität, das habe ich das erste Mal gemerkt, dass nicht alle Leute Spiele gleich spielen und dass man ein Spiel, also dass man versuchen kann, ein Spiel zu spielen, wie es andere Leute spielen würden. Eine sehr aufregende Erfahrung, dass wir das auch nicht alle gleich machen. Also wenn wir uns vor so ein Spiel setzen, dass wir dann alle irgendwie erstmal los ausprobieren und so, das macht nicht alle, aber die, also ich glaube, viele Leute machen das so. Und ich glaube, das macht auch bei Lucy sehr viel Spaß, sich da auszuprobieren und zu lernen und zu gucken, was funktioniert. Und das hängt auch bei jeder Partie, nehme ich an, auch davon ab, wie die anderen Mitspielerinnen und Mitspieler mit dem Spiel interagieren und was sie da machen. Also was die da überhaupt starten. Das ist halt auch interaktiv. das Spiel. Dann nochmal so zum Abschluss die Frage, für wen ist denn Lucy ja besonders geeignet? Wem würdest du das nahelegen? Sich das mal zu gucken. Ja, also auf jeden Fall Experten. Jemand, der, Leute, die einfach, ja, die Firmen sind im Spielebereich, die sehr viel spielen. ähm, äh, ich hab's für ein Spiel gibt G aufgehakt, das ist, äh, Komplexität liegt bei 3,74. Äh, bisher, die Angabe, äh, ist natürlich, es konnten natürlich noch nicht sehr, besonders viele Leute spielen, es ist ja noch gar nicht veröffentlicht. Ähm, das heißt, das ist halt sozusagen, äh, wird sich vielleicht noch ändern, die Einschätzung, äh, wenn dann viele Leute das Spiel spielen. Aber, ja, es, äh, ist eben offensichtlich ein Experten-Spiel, es ist viel los, es, man legt den ganzen Tisch voll. Also, wenn ihr, äh, keine Geduld und keine Aufmerksamkeit, äh, aufbringen könnt für Spiele, äh, seid ihr natürlich falsch, ja, aber wenn ihr, äh, das könnt und Lust habt und, äh, auch länger euch mit, äh, eine, auf eine Sache konzentrieren könnt, auf ein, auf ein Spiel einlassen könnt, äh, dann ist es ein ganz wundervolles Erlebnis für euch. Weil es eben in vielerlei Hinsicht auch eben einfach was Neues bietet, ja, also die Art und Weise, wie, wie hier das Hölkplätzen funktioniert, also, was ich vorhin ausgeführt habe, äh, und viele andere Dinge sind einfach neuartig und das, das Thema ist ja auch mega unverbraucht. Also, es gibt, glaube ich, ganz wenig Spiele, die überhaupt irgendwas mit Musik machen und auch wahrscheinlich nur sehr recent rausgekommen sind, äh, und, ähm, also in dieser epischen Breite sich mit dem Instrumentenbau zu befassen, wäre mir nicht bekannt, also sozusagen ganz was Neues, worauf man sich einlassen kann, ähm, und, ja, dann ist, äh, sind mal, sind es mal keine, äh, äh, Aliens und keine Piraten, sondern mal was ganz anderes. Ähm, ähm, wir, ähm, gerade, also aktuell, in der Vorbestellaktion, könnt ihr bei uns die Deluxe Edition, äh, des Spiels kaufen, dann kriegt ihr noch mehr Stuff und noch mehr Bling Bling und noch mehr barocke Pracht vor euren Spieltisch. ähm, wie würdest du das so einschätzen, was, äh, was bringt die Deluxe Edition mit, was, ähm, dem Spielgefühl vielleicht was beiträgt oder zum Spielgefühl etwas beiträgt? Äh, oder gibt's auch Sachen, wo du sagst, irgendwie, das, ähm, empfiehlst du irgendwie in einer bestimmten Gruppe von Menschen, zum Beispiel bei den Add-ons? Wir sind ja hoffentlich dafür bekannt, äh, dass wir sehr darauf achten, dass unsere Spiele, ähm, sehr gut aussehen und sich anfühlen, dass man Lust hat, die anzufassen, ähm, bei unseren Eigenentwicklungen und, ähm, ja, deswegen, äh, das ist hier der Fall, deswegen haben wir, sind wir, haben wir auch zugegriffen, haben wir gesagt, das ist etwas, was wir, äh, gerne auch Deutsch da unterstützen möchten, dass das rauskommt, ähm, und, insofern, äh, entspricht das dem, was, was unsere treuen Stammkunden wahrscheinlich von uns gewünscht sind, was sie sowieso wollen, ähm, und da kann man jetzt sozusagen sich das zu seinen Wünschen, äh, gestalten, ja, das ist schon in dem, in der Deluxe-Box, die es halt geben wird, schon sehr gut gemacht, aber, äh, es gibt dazu dann eben noch Zusatzmaterialien, um es noch, noch over the top zu bringen, äh, zum Beispiel bei den Ressourcen, ähm, dass die eben keine Holzwürfel sind, sondern, äh, sehr ausspezifizierte, äh, dann wirklich, äh, aus Metall bestehende Repräsentationen von dem Metall, was ihr verbauen werdet in euren Instrumenten, ähm, das ist halt die Instrumentmarker, die, äh, die sowieso auch schon, äh, äh, schönen waren, aus, aus Holz, die dann, dass es wirklich jedes Instrumententyp explizit gibt, also, dass es nicht nur, sozusagen, etwas hat, das ist ein Instrument, sondern, das ist dann wirklich, äh, das ist eine Harfe und das ist eine Klarinette und, äh, das ist ein Horn und eine Violine und so weiter, sind dann wirklich, explizit alle, äh, dargestellt, in Bund, äh, mit den Markern, der, also, wo man einen Untersetzer dann drunter macht, sodass man die Playerfarbe da, äh, anzeigt, äh, im, was man dann in den Konzertsaal platzieren kann und so weiter. Also, es ist, äh, obwohl es ursprünglich nicht von uns gemacht ist, dieses Funtace-Style, äh, ähm, Sicht auf, wie, wie geil hätten sie denn gern, ja, äh, maximal eben, ja. Ich habe mega Bock, diese, so meine kleine Pauke in diesen, in dieses Orchester zu stellen und dann ist am Ende des Spiels da so, dann stehen die Instrumente, also, ja, ich stehe da drauf. Wenn, dann sieht das hübsch aus, wie ein echtes Orchester, nur klein. Geil. Ja, also, falls, falls ja auch sowas aussteht, ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt euch ein kleines Orchester bauen, ihr könnt auch in einer Orgel reinwürfeln und dann macht das Geräusche, und mir demonstriert, dass es auch, äh, Töne macht. Ähm. Was, der Würfelturm, äh, genau, also, wenn ihr, wenn ihr ein Konzept ausführt, dann wird auch ein bisschen gewürfelt, äh, und, ähm, da gibt es natürlich dann irgendwie Modifier, die euch rerollen lassen und so weiter, damit ihr auch die Ergebnisse bekommt, die ihr wollt, aber es wird ein bisschen gewürfelt, und dafür gibt es dann, da hat es auch einen coolen Würfelturm, der einfach, ja, Musik macht, wenn man würfelt. Wow. Verrückt. Ich habe noch keinen Geräuschemachenden Würfelturm. falls ihr euch einen wünscht, ihr könnt jetzt einen haben, äh, der Link zu unserem Shop ist in der Beschreibung oder in den Show Notes, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, da könnt ihr euch mal umgucken, gerade könnt ihr auch noch was sparen, wenn ihr es jetzt vorbestellt, das Spiel, auch auf eure Orgel. Möchtest du noch was loswerden, an dieser Stelle? Sonst würde ich jetzt die Schleife binden. Ja, nö, auf jeden Fall zuschlagen, wenn ihr euch angesprochen fühlt, wenn ihr sagt, mein Tisch ist groß, ich habe Geduld und habe Bock, ein episches Erlebnis, im 18. Jahrhundert, mich, mich zu betätigen, als aufstrebender, jung Geigenbauer, oder Geigenbauerin, und, ähm, einfach zuschlagen. Ihr unterstützt uns, dass wir weiter epische Spiele machen können. Also, Pre-Order. Für euch günstiger, wir wissen Bescheid, wie viel wir herstellen müssen. Alle sind glücklich und wir machen weiter gute Spiele. Das hört sich einfach, das hört sich nach einem guten Deal an, das würde ich jetzt auch kaufen. Ähm, nochmal zur Wiederholung, ihr könnt den Link in der, in den Show Notes, Slash in der Beschreibung, nutzen, wenn ihr da mal vorbeigucken wollt. Äh, die Vorbestell-Aktion ist nur für begrenzte Zeit, also die 15%, die ihr gerade sparen könnt. Ähm, die haben wir jetzt nicht, nicht für immer geplant. Ansonsten guckt mal bei Instagram und Facebook vorbei, die Einladung, die ich immer ausspreche, da bekommt ihr alle neuesten Informationen, was so bei uns los ist, was so die Updates betrifft, zu unseren kommenden und aktuellen Spielen. Auch eine Einladung, die Newsletter, den könnt ihr auch auf der Website, äh, abonnieren, funtails.de Slash Newsletter. Und wenn ihr eh im Shop seid, weil ihr ein Orgelturm möchtet, dann könnt ihr uns auch gerne unsere anderen Spiele mal angucken. Wir haben sehr viele, sehr liebevoll, ähm, entwickelte oder lokalisierte Spiele. Vielleicht ist da was für euch dabei. Ansonsten, wenn ich bis zum nächsten Mal.